Zum fünften Mal wurde am vergangenen Freitag in Zwickau der Max-Pechstein-Ehrenpreis verliehen. Nach Alfred Ritlitschka, Lothar Günther Buchheim, Arno Ring und Klaus Steck entschied sich der Kunstverein diesmal für den Leipziger Maler Hartwig Ebersbach und vergab die Auszeichnung damit erstmals an einen gebürtigen Zwickauer. Bereits 2015 richteten die Kunstsammlungen eine Retrospektive anlässlich des 75. Geburtstages von Hartwig Ebersbach aus. Zwei Jahre später trägt die Ausstellung des 77-jährigen Preisträgers den vieldeutigen Titel Time. Großer Bahnhof am vergangenen Freitag in den Kunstsammlungen, Schrägstrich Max-Pechstein-Museum. Das Who is Who der Leipziger Kunstszene war an diesem Abend nach Zwickau gekommen, um einem großen Künstler und bedeutenden Wegbereiter des modernen Expressionismus seine Aufwartung zu machen. Neo Rauch war ebenso unter den Ehrengästen wie Christine Ring, Witwe des Pechstein-Ehrenpreisträgers von 2005, Arno Ring. Die Laudatio übernahm Hans-Werner Schmidt, ehemaliger Direktor des Museums der Bildenden Künste, in der Messestadt. Dessen Einladung bildete sozusagen das Bindeglied zwischen Leipzig und Zwickau, wo Hartwig Ebersbach am 17. Mai 1940 das Licht der Welt erblickte und wo er unter Anleitung der großen Tatjana Lietz die Malerei für sich entdeckte. Dass er dafür von seiner Geburtsstadt jetzt den Max-Pechstein-Ehrenpreis bekam, war auch für den Künstler eine große Ehre. Das ist mein erster Preis im Osten. Ich habe nur Westpreise gehabt bisher und in China gibt es ein Denkmal, aber im Osten habe ich nie die Berücksichtigung gefunden. Ich war auch auf der großen Dresdner DDR-Kunstausstellung nie vertreten, außer der letzten, da habe ich nicht eingereicht. Und trotzdem hat man sich was organisiert, also gegen meinen Willen. Und jetzt bin ich präsent und finde eine Anerkennung, die ich erhofft, aber nicht erwartet habe. Zur Verleihung des Max-Pechstein-Ehrenpreises gehört traditionell eine Ausstellung des jeweiligen Preisträgers. Die von Hartwig Ebersbach trägt den vieldeutigen Titel Time. Auch der Leipziger Expressionist beschäftigt sich seit einiger Zeit mit der eigenen Endlichkeit und dies mit höchster Intensität. Ich gehe nun auf die 80 zu und die Fragen kommen dann schon. Ich muss akzeptieren, dass das Leben nicht unendlich ist und muss mich mit dem Thema Tod auch beschäftigen. Und auch das ist ein Ansatz. Und Time, Zeit heißt auch Erinnerung, also Gedächtnis. Und da bin ich glücklich dran, weil ich über Träume ein für mich genetisches Gedächtnis entdeckt habe. Also ich träume nicht nur meine Welt, sondern auch die Welt, die mir mitgegeben worden ist über meine Vorfahren. Und das sind alles künstlerische Themen, die man auch in der Ausstellung sehen kann. Ich bin mythisch strukturiert, das kann man auch an den mythischen Bildern sehen. Und insofern ist Time mehrfach besetzt. Inspiriert hat ihn auch das Alterswerk des Malers Oskar Kokoschka. Time, Gentleman, Please. So läutet der Wirt im englischen Pub die letzte Runde ein. Diesen sarkastischen Titel gab der 85-Jährige dem letzten seiner späten Selbstbildnisse. Ebersbach hat den Stoff neu interpretiert und gleich einer ganzen Serie von Bildnissen diesen Titel gegeben. Gleichsam namensgebend wie richtungsweisend für die Zwickauer Ausstellung. Seine große Verehrung für Max Pechstein, der für Ebersbach ein Säulenheiliger ist, wird ebenfalls berücksichtigt. Ein Säulenheiliger ist ein Anbetungswürdiger und das ist für mich auch Pechstein. Und gerade auch er aus Zwickau kommt und ich auch. Und da sind wir so nahe gerückt plötzlich und die Verehrung ist natürlich riesengroß. Allerdings muss ich ihn auch überwinden. Überwinden. Ich darf ihn nicht kopieren, nicht nachahmen und nicht in seinen Fußstapfen laufen. Also ich muss einen eigenen Weg finden und in der Überwindung des großen Meisters. Und deshalb gibt es hier da auch Anspielungen auf dieses Thema. Wie sein großes Vorbild beschäftigt sich Ebersbach mit Mythen und Sagen und reagiert künstlerisch auf seine Erlebnisse und seine Träume. Auch hier in der Ausstellung kann man sich finden, an einer Installation Cortisch, einem Umzug zur Neuaufteilung der Welt. Ich mische mich wieder ein in die Belange der Welt und unserer Heutigkeit. Und dieser Umzug kann ein fröhlicher Umzug sein, ein Hochzeitszug. Das kann aber auch einen leichten Zug bedeuten. Und das hat aber einen anderen, tieferen Hintergrund, weil die Neuaufteilung der Welt unter Chinesen, Indern und Arabern auf uns zukommt. Und wir müssen aufpassen, wo wir bleiben, damit wir nicht nur ein Museum der Welt werden mit unserer alten Kultur. Kasper Köpfe, Engel und Teufel bestimmen nach wie vor Ebersbach-Figuren-Theater, scheinen neuerdings auch den Tod in ihr Programm aufgenommen zu haben. Ich habe schon oft aufgehört, also aufhören wollen und habe meine große Oper eigentlich zusammen. Die Lebensfragen, habe ich gedacht, ich hätte keine mehr. Und dann kommen dann solche Gelegenheiten wie solche Ausstellungen. Und dann entdecke ich mich immer wieder neu. Also das geht, das überrascht mich und die Neugierde treibt mich weiter. Wilde, expressive Farbschlachten wurden schon früh zu Ebersbachs Markenzeichen. Mittlerweile gehört sein Werk zu den wichtigsten und eigenständigsten Positionen innerhalb der deutschen Malerei. Überregional und international bekannt wurde er vor allem durch seine Kasper-Bilder, die von unbändiger Fabulierlust und Experimentierfreude geprägt sind. Dass nicht jeder damit etwas anfangen kann, ist dem Maler bewusst. Da kann ich allerdings keine Rücksicht drauf nehmen. Meine Arbeit bezieht sich auf meine Selbstauseinandersetzung. Mein gesteigertes Ich verlangt das, diesen Selbstausdruck. Und es gibt aber auch Zugänge, besonders bei Kindern, die haben einen Spaß und ein Verständnis dafür. Oder bei Chinesen und Habern, das ist ganz eigenartig, die verstehen, die können meine Bilder lesen. Aber es ist richtig, es gibt viele, die das auch abstößen, habe ich auch schon erlebt. Und damit muss ich leben. Dass es mehr Liebhaber als Kritiker seiner expressiven Materialschlachten gibt, beweisen seit 1989 Einzelausstellungen auf der ganzen Welt. Wie beliebt der Künstler nach wie vor in seiner Geburtsstadt ist, zeigte der proppevolle Gemäldesaal zur Preisverleihung letzten Freitag. Oberbürgermeisterin Findeis nahm die Auszeichnung vor. Applaus Anschließend dürfte sich Hartwig Ebersbach ins Ehrenbuch der Stadt eintragen. Dankes Worte richtete der Preisträger danach vor allem an seine Frau und Muse, ohne die seine Bilder undenkbar wären, ja sogar völlig anders aussehen würden. Welchen Einfluss Monika Ebersbach auf das Alterswerk ihres Mannes genommen hat, können die Besucher der Zwickauer Kunstsammlungen bis zum 18. Februar 2018 überprüfen. Zur Ausstellung ist auch ein Katalog erschienen, natürlich ganz im ebersbachschen Stil. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 überprüfen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 überprüfen.